Ich bin heute mit dem RUTZ hier, Ralf-Eisenzell Unternehmenszentrum und stelle den digitalen Schweisstrainer vor. Wie wir hier lesen können, die Schweizerische KMU sind Dinosaurer, Digitale, aber das ist natürlich völlig überspitzt gesagt. Und darum sind wir auch hier, dass wir zeigen können, was eigentlich die Schweizer Wirtschaft ist. Und darum haben wir auch noch ein paar Exposé, die wir wirklich in die Augmented Reality kaufen können. Sie können heute hier digital schweissen, das heisst ohne Risiko, ohne Gesundheitsrisiko, ohne Umweltschäden, können Sie einfach mal die Schweissen erleben im Bereich Augmented Reality, also erweiterte Realität. Der grosse Vorteil ist, es sind sehr viele jetzt in der Veränderung. Wir mussten diese Veränderung in der Corona-Zeit gehen und jetzt den Schwung ausnutzen. Weiterhin volle Digitalisierung rein, volle sich weiter informieren, wie genau hier im Wirtschaftssymposium. wiederumuz die Schweizerische KMU in der Corona-Zeit gehen, wie genau hier im Wirtschaftssymposium. So können Sie wiederholen lassen? Was haben Sie eine auch noch ein paar Fläche, um das ist schön, können Sie schon brauchen? Und da ist ein paar Fläche, die im Geschäftssystem in der Corona-Zeit gehen. Das ist eine große Herausforderungen sehr viel, und zwar trotzdem sehr viel, Und das ist eines der Grenzen ab минут, wir versuchen zerstören, Dann haben Sie noch jemanden über sicherlich überlegen die Schweizerische KMU, in Ih南ikus und die Zeitung durchziehen. Das ist ein Prozessartikel, woher gut ist gut. Vielen Dank.